So seid ihr alle ready? Ja ja, glaub schon. Das match ist live, ne? Dropper? Ja, drop runter. Aber passt auf, die werden da wahrscheinlich stacken. Also... Definitiv. Vielleicht gehen wir nur einfach B long, ich weiß es nicht. Dropper auf B oder Dropper auf A? Dropper auf A. Also wenn Dropper klappt, dann auf A. Dropper frei. Links einer Dropper. Ah, wait, 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 lass dabei gehen, sorry baby, oh mein Gott, vielleicht... Oh, Leute. Ja, 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 sorry, sorry, oh, da ist noch einer ein Chicken drin. Und einer long. A lang, A lang. Ah, B lang, sorry. Chicken ist noch einer. Chicken, chicken, einer. Chicken? Chicken ist immer noch einer und bei Connector bestimmt auch einer. Tür, 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 Tür. Ja, ruhig, ich geh, A. Nice, Chicken ist down. Letzter Connector. Okay, Shiva, warte, lass ihn einfach ran kommen, die Bombe geht jetzt hier auf A. Ja, du musst dann aber direkt hinterher gehen. Jetzt kannst du noch einmal kurz linsen. Ja, Dropper. Nice! Oh, das war krass, Mann. Ich geh mir blau als Ultra Dropper unter. Lang, 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 lang. Ja, lang. Lang, lang, lang. B lang, lang, lang. B lang, B lang. B lang, B lang. Achso, dann lass auf A gehen. Lass auf A gehen. Ja, was denn jetzt? Ja, B lang ist eklig. Das wird schon, Jungs. Cool bleiben. Ich komm jetzt. Oh, no. Ich bin Mitte, ich hör die beiden Steppen bei der Bombe. Okay. Chill, chill, chill noch. Chill noch. Da ist noch einer, ja, ja. Dein Mate kommt von hinten. Ja, ist im Window immer noch, im Window. Ja, ja, ja. Ah, jetzt ist er außen. Scheiße. Einer noch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. War der letzte. Da, ja, ja. Da? Da unten hab ich niemanden gesehen. Also, okay, keine Ahnung. Oh, nein. Er stand echt in der Ecke. Und durch, und durch, und durch. Nice. Und weiter, weiter, weiter. Einer. Dropper, dropper. Brauch mal Hilfe. Schön. Dropper. Ich geb gleich einen Shot. Bitte einer hinten. Bitte einer hinten Long schauen. Ich bin Long. Nice. Long kommt bestimmt direkt. Da ist einer. Sehr close. Speedway, glaub ich. Da. Dropper Stein. Scheiße, ja. Denk dran, verlieren können wir ja nicht mehr. Anna steht bitte close, links. Die Bombe abgelegt, Armory. A, Treppen. Bei den Treppen ist einer. Drop einer. Ja, da kommt einer bei Long. Schade. Aber nice, noch die zwei Kills geholt. Wir sind schneller da. Ja, lass dran, lass dran. Wenn wir durchrennen. Ja, wir rennen durch mit Knife. Einfach durchrennen, sind wir schneller da. Hat jemand ne Flash? Ich hab ne Smoke. Ich hab ne Flash. Ich hab ne Flash flashen. Ich flashen. Ich flashe unten rechts. Nice, nice. Schicken, schicken, schicken. Weit weiter. Geht, 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 geht. Geht, geht, geht. Ach, Alter. Ja, Speedway. Oh, je. Wallin spielt, oder Wallin sagt sehr gerne 4 B und dann A auf Retake. Also wir können auch einfach mal jetzt auf A versuchen. Beziehungsweise auf B einklatschen, dann auf A gehen. Rechts hast du gecheckt, ja? Komm, Mitte. Die hab ich gecheckt. Nice, lass auf A pushen, jetzt volle Pulle. Grün ist auch schon da, nice. Nice. Ich hau, ah nice, Doppel Molly. Will durch die Echt dann? Oh, grün, geh raus. Ach, Mann, er hat mich gehört, weil ich doch im Molly bin. Windows steht auf, nicht peaken. Wartet einfach ab. Es sind nur noch zwei, ich chill einfach hier hinten dran, bis er kommt. Tor down. Blau kommt von hinten, lass Blau ihn einfach holen. Ja, ja. Nice. Keine Ahnung, Mitte ist Flashen. Keine Ahnung, Mitte Flash. B lang ist ne A. Smoken B lang. Sag bloß, die wollen jetzt rankommen. Orange, geh mal lang. A sitzt close on spot. Lass auf A gehen, lass auf A gehen, Blue. A sieht gut aus. A down. Ja, macht mal. Einer Balcony. Warte, krass, wie er abgeht. Wombe ist defensiv gelegt. Ich stell mich in Little Room. Ah ne, ich guck mal, Connector. Oh, Taschenschlampe gibt mir Ultra. Nice is down. Guckt mal in der Mitte oder so. Ich denk, letzter hockt mit AWP auf AP und saved. Ja, wahrscheinlich. Ich hab 8 AP, lass mal durch. Geh mal weg hier. Hallo. Da blockt mich noch mehr. Eier. 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 Schön, Popper auf Ja, die haben wieder nur die AUG Der Rest hat Pistols Willkommen A Dann lasst uns auf A gehen Ist frei Leg selbst in sie Hör mal auf Die letzte müssen auf B kommen Ich verteidige hier die AWP Achtung, ich hätte jetzt sorry gebraucht Ich dachte du bist Weg Fast schon Und wieder geht der MVP Fürs Bombe legen Nicht für 3 Kills gemacht Lalalalalala Ist ja ok, ich geh auf die Frags Salty der Fragger Ich geh auf Team Sieg Oh kacke Ist nicht mein Team Apropos eigentlich müsste Jan uns carryen oder? Ja gut, ich sag's mal so Ich nehm ja auf Lick die Bombe Mitte ab Ist ja entweder nehm ich auf oder Carry 1 und 2 Geht der Mitte ab, Alter Ich glaub ich war Alang mit der Bombe Da ist noch einer Hä, da muss noch einer sein Aber Alang nicht, ja Was? Werner steht hier close, rechts an der Seite In der Sport Ich seh ihn oben, bei den Kisten Hinten rechts, hinten rechts steht einer Auf den Fässern oder was es ist Wo ist der letzte? Nice Jawoll Hab ich halt wieder Super AUG sagt, ne? Ja, ja Oh, brutal Ola Ola Ich hab ja wieder die Bombe jetzt oder der Mann Ich hab ja ein brutaler Typ Nein Und Go Fünffach Kill, habt du das gesehen? Locker Mann Das waren sogar 6 Ola die Waldfee Was Teamkill oder das? Lang push Oh Gott oh Gott oh Gott Ja komm zurück Boah er kommt ja Oh Gott sorry Oh fuck Danke für den Block Ja ich sorry Ich wollt grad dazu kommen und dir helfen Und dann scheiße Alles gut alles gut Allein schon den ersten den du noch gekillt hast Ich dachte der macht dich jetzt platt Komm Jan bleib mal zurück Du hast nur auf D Ja ja ich bin einfach nur hinter dir Ich würd jetzt vielleicht auf A sneaken Naja Ich geh schon A drauf Ich hab zu viele von B gepusht Ja wahrscheinlich ist der Connector irgendwo Ich geh jetzt auf B Also A bin ich drauf Ja ich leg mal für Connector Ja wie lang ist er Wie lang ist er Wie lang Habe ich mich ja gut hingesetzt Oh shoot Mach langsam ich bin sau weit weg Jan geht Def Jan geht Ute Ja 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 ich wollt nur noch einen Molly-Spray schmeißen Ich denke der versucht die AK zu safen Ja du meinst auch der ist er irgendwo Deswegen wollte ich jetzt ran Guck mal Richtung Keyspawn Bomm hier Oh nein Oh Mann ich wollt die knifen Hallo Hallo Kann mir einer die Orb legen vielleicht Ich kann die eine legen ja Aber hier Jan das wird nicht rausgeschnitten Dass du mich da geblockt hast Und ich deswegen gestorben bin Nee nee Ich werd nur in unsere Namen ändern Dass du mich geblockt hast Komm dir Hä Du bist doch mal mitgekommen Ja du bist alleine überrascht Wenn du totes blind Ja ich mach jetzt endlich mal hier ein krasses Ace Oh fuck Da ist ein Auffahr mit auf Von wo genau hat er geguckt? Äh recht beim Baum Das stand da Was für ne Ansage Ab nochmal Oh nein Oh die Smoke Kannst du ein Detail dazu machen? Komm mal Komm weg Komm er ist die Bombe rüber Ah du war blit Oh oh Balkon Balkon Du hast sie die Bombe rüber Geschmissen Die Bombe ist auf Hä? Von wo? Links Double Door Na einer Balkanien wahrscheinlich Ah das ist sehr schön Oh no Das ist nicht so schön Ja, aber die wissen nur das Letzter AWP, maybe Onside, onside, onside Können ich hier Holz bringen oder was? Wait, Herr Remix Aber nice try Ah, Blaude, bist schon unten, sehr gut Das haben die nicht gerafft, dass ich schon hier unten Einer B down Ja, dann geh ich direkt auf Ist schicken geklärt Nein, 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 nein Schicken ist nicht geklärt, aber die letzten beiden müssten noch A stehen, oder nicht? Ich plant jetzt so ein bisschen für alles Auf B Molli, ich hab ja Molli, weil sie mich krass hier hinten Ja Let's schaffen Dann hole mal uns Die ganze Truppe Mit dem Sprengstoffgürtelchen Oh shit Geil, das macht echt Bock, Mann Gib mir die Bombe Bist du wahnsinnig? Der Saltmeister, wie er unbedingt auf alles gehen will Kills, Punkte, Sympathie Easy Ich schieß dich jetzt an Ergibt mir net Warte mal kurz, www.band.de Ja, dann hat auch noch 10 AP Ja, ich hab 18 AP Ja, komm So Saltmeister, pass auf, du bekommst gleich einen Lucky Hader und dann hock ich hier mit 18 AP FUNI Das ist doch FUNI Das ist FUNI Also ich hab 16.000 Ich hab 5 Millionen Und das ist nur das, was auf meinem Sparkonto liegt Das, komm, das geht doch Ah, das ist Ah, das ist Einer Speedway Ich hab doch schon zwei geholt, die müssen doch noch mal lang kommen Wir sind doch schon doooo Wir sind doch schon doooo Oh, die wollte ich haben Das war meine Lampe Daimonit Komm Jens, leg die Bombe Daraus Punkte Ja, Leute, hört mal auf, jetzt mir andauernd die Punkte wegzunehmen Boah, rechts, Double Door Kommt der bei Double Door? Molly ist raus Doch, durch nicht Grenade ist auch raus Die Grenade? Ja Das ist meine Freundin vielleicht Hallo? Ah, schön Ich pack's nicht Warte, dann spielen wir echt sau schlecht WTF? Oh, wie hat mich geblockt, hat der Orangen mit der Bombe auf dem Rücken Jan, ich hab einen, ich hab einen Nice, wegen meinem Block, krass, sehr gut Wall-in ist noch ein Dropper Oh, ich krieg ihn nicht tot, ey, what the fuck, der ist ultra low auf B Wo ist der auf B? Nice, der Schock Oh mein Gott, Connector und direkt Spot close Komm von hinten WTF? Ey, ich hab gar nichts mehr gebacken, hey Backe Backe Kuchen Der Jander hat gerufen Wer will guten Kuchen kacken? Okay, ich geh auf der P Wenn wir den Dropper gehen, will von euch zu will ich jemand freiwillig Dropper gehen Also ich würde B lang machen Ich geh B, ich würde B Spot gehen Also wir sollten auf jeden Fall auch Minimum zu dritt auf B spielen Weil Yellow macht Drop, nice Ich verschiebe auf B Ey, White Dropper ist eigentlich gar nichts für mich Long Dropper läuft Komm, Leder Nur einer Dropper Er stirbt nicht, er hat nur gefressen Nein Mach dir locker Ich hab nur 3 AP Da kannst du noch 3 Kills mitmachen Ich hab nen Kit Ich hatte auch eins, aber das liegt jetzt halt irgendwo rum auf B Ja, das ist dein Alle, sehr gut, sehr gut Mit einer Ich treff ihn nicht Der hat einfach nicht gefressen Ja, bist du die ganze Zeit da Oh, der Balkon Über dir Ja, das hab ich eh nicht mehr Ja Ja Also ich würde gern Dropper tauschen, weil Dropper ist gar nichts für mich Okay, dann geh ich Drop, ich versuch Drop zu machen Ich hab Pump, Nova, für Drop Die sind... Die sind so gepfickt, Alter Hoho Das Glamsch aber Drop Many Steps Drop Zwei Nades Ich gehe lang Ein Molly noch bei Drop Danke Flash bei Drop Einer Low Nee, der ist Low, die ist Ultra Low in der Stone Ja, zwei Low Drop, komm, keine Sau von der Scheiße Ah, dass sie nicht Drop bekommen sind, ich stand so ready, ne? Es kamen zwei Nades, ein Molly und ne Flash Und sie kamen nicht Drop Einer, steht oben Einer Mitte Long Steppen zwei Ähm, Drop könnte jetzt auch kommen Ja, Drop ist durch Geht aber, glaub ich, Connector Ah Mann, kommt der von Mitte, ey Ohrleih, hab ich mich grad erschreckt Zwei mit hier oben, drei mit hier oben Sehr gut, dann steht der ja perfekt Blau, vielleicht können wir einfach rein, äh, vielleicht kannst du von Mitte lang rangehen Deploying Flash Bank Ich bleib nach Drop, bis du durch bist Boah, ich muss meinen Flash rein, ich vollidio Noch mal einer, rennt mit den 90 Stairs, geh rein, hol dir DAK Nee Ich glaub, seh ich nicht, ich geh jetzt auch, zur Mitte Ey, der Lack, Alter Krass In der Mitte ist nicht mehr klar, wenn er gesnackt hat Genau Einer ist schon onspot Vielleicht versuchen nur die AK zu holen Wo ist die, wo müsste die AK liegen Links von dir, gleich Äh, wer hat sie weggenommen Die 90 hat er da lassen Ja, dann save ich die Hat er das eben gesehen? Wir können danach kaufen, ne? Wir können danach kaufen, ne? Kann's auch voll reingehen mit dem Ding Also, auf lang müssen wir aufpassen auf B-Long, dass wir da am besten Molly oder sowas hinschucken Wie lang? War lang, ne? Hopp F*** War zu close, ich konnte nicht zurückgehen Ja, wir müssen B-Andersers spielen, die kommen da zu einfach durch, das hat keinen Sinn so Grün, gehst du mit mir in den Drop rein? Hast du ehrlich gesagt? Ja Wurst mich mal bitte gleich Sicher? Ja, sicher Es geht immer so eklig in die Hose, hast du schon gesmockt? Ja, ja Ich bin da nicht hoch, Alter Das haben wir schon gehört, pass auf Steht was? Wenn du überhaupt sagst Ja, als ob der mir mit der AK mehr Schaden in einem Held kommt Ah, Dropper, komm, nein! Und ich hab den scheiß Molly in der Hand Ja, die kommen Dropper da als durch, das ist scheiße Und dann haben wir nämlich, da sind wir gesandwiched auf B Aber das war jetzt auch echt das erste Mal, dass die Drop kam, oder? Die ganze Zeit stand ich da drin und es kam nie jemand durch Dropper Einer mit dem mit A Der hat mich jetzt gesehen, dass ich hier weggerannt bin, vielleicht wirst du nicht erwartet B-Lang, der Dignity Molly Natürlich, der Kling, der Kling, der Kling Ja, sorry, ich war zu langsam Mit dir kommt Nein! Drop ist einer Wir haben beide keinen Defuse dabei Save Save die AK Ja, wäre sinnvoll Ich nehme 490 auf jeden Fall, für die Dropgeschichte So, ja, dann... Molly im Dropper Ja, dann bleib hier einfach um die Ecke, schön Ja, ja Guck, dass die Long nicht durchkommt Das ist so widerlich, wenn die da durchpissen Dropper, nochmal einer Ja, vorne steht schon, pass auf Dropper, Jan, geh weg, geh weg, geh weg Jetzt Drop schon unten, grün Ich steh nämlich echt blöd jetzt gerade Ah, nice, die Flash war gut Ich hab noch noch Dicke hinterher Hinten drin Auf A ist was drauf, Leute Jan, verschieb ich mich auch Ich schieb, ich schieb Nice, Schieber, sehr gut Und Spot ist schon was, die Blenden, ja Gut, das muss gecallt werden, dass die Blenden Es war keiner mehr auf Er ist unter Balcony Er ist down, er ist down Er ist hinter mir, er ist... Ah, noch zwei, fuck Einer ist... Onside mit auf Wo? Onside? Einer Hard low Keine Ahnung, oder Andres Mitte unten Shit, 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 man Sollen wir irgendwie auf den Spots einfach abwarten, bis sie kommen oder sowas? Ich weiß es nicht Ich will auf jeden Fall die Fuse mit Mitte ist einer, hat mich gesehen Geht gerade zum Window Unter Aave Komm B lang Ich treffe ihn nicht Anstatt Anderem Dropper Kommt der da nicht raus? Geht der jetzt Connector oder was? Bombe down LOL Was? Hat noch einer drop Jetzt müssen wir echt rein Klotzen Bitte Nice Gut, die wissen, dass ich hier bin Die werden jetzt schön auf B gehen Ja, auf A meine ich Immerhin habe ich die verhutelt dabei Ahhhh Erwartete einfach auf mich Scheiße Haben sie uns aber nieder gestampft Ich glaube wir haben keine CT-Runde Doch wir haben vorhin eine geholt glaube ich Nein, wir haben keine CT-Runde geholt Nee Ich glaube Lang pusht sich gerade durch hier auf B Long Ja, Dropper Ist einer Dropper? Ah ok Einer müsste Dropper sein Ich verschiebe, ich verschiebe Ich bin jetzt on spot B Ist Dropped noch was? Keine Ahnung, ich bin aber low Okay Long kommt jetzt glaube ich Jan verschiebe es mal zu mir in Dropper Ja Ja Mitte lang Ok warte warte Chief was verschleckt dich, Chief was oh Gott oh Gott Schön Wie du abgehst, was ist hier los? Einer war Mitte Wir haben die Bombe, wir haben die Bombe Wartet einfach Auf alles Nice, letzter mit low Mit Awe Ja, wird safe in 100% Dropper Warte, 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 warte Ja, der wird lang Ja, komm Grün macht das Nice, alles schön Ach shit, jetzt habe ich die Angst Egal, ich bin der 8-Drop Lalalala Leute, ich habe den N4 Ich komme zuerst wahrscheinlich hoch zu dir Ja Yo, B ist Warte, ich kann B lang ist Einer ist schon mit dir auf jeden Fall doch B lang AWP Legt euch aber nicht mit dem lang an Also lasst den vielleicht dann eher ein bisschen näher kommen bevor ihr 2 Stücke noch mit hier unten Wann den Einer ist drop Ich habe es da beim Griff Ich glaube B lang hat verschoben Ich gehe mal auf A Wo war das? Mit hier unten, Bombe liegt mit hier unten Oh ja, da müssen wir Richtung Bleibt nochmal blau Bleibt hier nochmal A lang einer Ja, ich bleibe auf drop Also Wallen sitzt doch immer noch auf B lang mit seiner Krieg Mit hier unten einer rein Nice, sehr gut Leute, haben wir im Griff Bye Ich bleibe jetzt auf long stehen Ich bin dropper nicht Ah, ihr habt die Bombe, ich komme zu euch Er hat no chance 10 Sekunden no chance Jan, kannst du den mit in der AWP snacken? Ja Nein Ah, schade Ich war zu fett Shit Ich kann eine M4 legen wieder Ich freu schon Nein, ich hab auch sie noch Ich kann noch eine pin Ich kann noch, was kann ich noch legen Auch noch eine M4 Hier ist eine M4 für euch Oh nein Ah, scheiße Ja die Fuck, haben mich von Long gekillt Long 2 Nice, 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 nice 2 gegen 2 Einer Speedway 2 gegen 9 2 gegen 9 Skopje mach mal Geschwind Alles gut Der ist lang Der ist B lang durch Nice Göttlich Ich hab jetzt keine Utilities Scheiße Passt auf alles auf Das wird jetzt gleich so Dermaßen oder Rush wahrscheinlich Long Bleibt mal Schmeißt mal alles was ihr habt dann auf B Long Dass die nicht durchkommen Ja, Steps Drop Und Long Und dann geht ein bisschen hin und guckt Äh, ein Molly auf Drop Oder in Drop Ja, Flash, Smoke In Dropper Smoke and Drop Flash and Drop Noch eine Flash and Drop Ich bin Full-Flashed Fuck Drop is down, Drop is down Bombe A Schnell, 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 lass vorhin verschieben Noch zwei A Letzten beiden A Einer ganz low Die dürfen nicht, die dürfen nicht blenden Spring direkt von Balkan hier runter Geh On-Spot Schön, schön, schön Nur noch die Bombe Raus mit dir, raus mit dir Erblendet, erblendet Nice Nice Jetzt haben sie ein Problem Die haben jetzt nochmal geforced Was meint ihr? Soll ich die AK behalten Oder soll ich P90 nehmen? Ich brauche einen Drop Der hat der Geld rein in P90 Ich nehm P90 für Drop Ich nehm P90 für Drop Wenn ich flessen bin Wenn ich flessen bin Werst raus B lang nichts gesehen Mach schön langsam Schön langsam Schieb auf A Blau bleib hier Warte 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 Warum verschiebst du? Weil ich auf B lang komplett nichts gesehen habe Ich bin flasht Ich bin flasht Ich bin flasht Ich bin full flasht Ich muss kurz raus Ja komm Ist da noch einer Drop unten gewesen? Ne ne? B long einer Nice Lass ihn kommen blau Lass ihn kommen Schön Nein Ja Ok macht ultra langsam jetzt Der hat low Der hat low Bei Drop steppt Wie gesagt der hat low Sagen grün im Pistol oder so auf Close Wie gesagt der hat low Ich denk das auf A geht Ja A Incoming Nice Das war gerade ein Zück oder Headshot Ich hab geschafft Nice Richtig edel boys Hat er ey Oh 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 Kisten Kisten regen Oh 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 oh